Ja Leute, herzlich willkommen und next Video zu City Chaos. Ich zeige euch, wo ihr den Jonas hier in der Kanalisation findet und die Buchstaben O, N, F, I, R und E. Let's go! So, wundert euch nicht, warum ich hier als NOSKIN unterwegs bin. Ich habe leider mit meinem richtigen Account die Aufnahme ein bisschen verkackt, weil ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Aber ich zeige euch trotzdem jetzt die Buchstaben und den Jonas V. Kein Problem. Und wenn ihr noch Zeit habt, tragt hier gern meinen Creator Code ein. Bobito 3387. Wäre auf jeden Fall eine mega Unterstützung. So und los geht's mit den Buchstaben. Macht auf jeden Fall hier, sagt ihr, ihr müsst zwei Runden durchfahren, um alle Buchstaben zu sammeln. Wir fangen hier nach der ersten Abfahrt direkt hinter der Brücke an. Links kommt ein Basketballplatz. Da einfach rein. Hier ist das O. Ihr sammelt es ein. Und weiter geht's. So, jetzt zur nächsten Position. Die kennt ihr schon. Da habt ihr für die erste Aufgabe getanzt. Und zwar ist das bei den zwei Imbisswagen. Genau hier vorne. Jetzt schon abbremsen. Und hier befindet sich das N. Eingesammelt. Und weiter geht's. Hier könnt ihr auch noch ein bisschen auf der Straße fahren und die Kacheln einfärben, wenn ihr das noch nicht voll habt. Und hier hinten unter der Brücke hinter dem LKW etwas stärker abbremsen. Auf jeden Fall fahrt am besten gleich links. Findet ihr das F. Na komm. So. Und hier auf jeden Fall haltet euch rechts. Am besten hier hinter dem Kran. Okay. Oder so. Und da ist das I. Alles klar. Und wir starten in den nächsten Run. Gehen wieder ganz hoch. Und da auf jeden Fall auf der rechten Seite. Bremst ab. Bremst ab. Da seht ihr schon das R. So. Erste Abfahrt. Und dann in die Kurve. Und wieder auf der rechten Seite lang. Bremst schön ab. Und das geht dann hier. Da wo die drei Münzen sind. Jetzt runter. Und unter dem Ventilator. Findet ihr das E. Und ihr habt die Aufgabe fertig. Machen wir weiter mit dem Jonas E. Den könnt ihr jetzt auch gleich erledigen. Wenn ihr den Weg weiter geht. Kommt ihr nämlich direkt hier. an der Kanalisation raus. Da gehen wir runter. Dann nur noch schön ein paar Münzen ein. Zack. Hier um die Ecke. Und da war er der Jonas E. Und somit habt ihr die zwei Aufgaben fertig. Hoffe ich konnte euch natürlich wieder mit dem Video helfen. Und wer es noch nicht getan hat. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Ich halte euch auf jeden Fall. Was hier die neuen Herausforderungen. Und auch die Battle Pass Herausforderungen angeht. Auf dem Laufenden. So verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr. Wenn es an die schwierigen Sachen geht. Und natürlich ein Daumen nach oben. Ist hier ein Muss. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall schon mal für die richtig geile Unterstützung. Für den Support von dem ersten City Chaos Video. Mega geil. Ich war wirklich echt happy. Die Aufrufzahlen waren einfach umfassig. Wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank. Da merkt man dann auch einfach, dass das wirklich wertgeschätzt wird. Was ich hier mache. Und ich wünsche euch jetzt schon mal vorab einen schönen Abend, Tag oder Nacht. Je nachdem wann ihr das Video schaut. Habt viel Spaß mit dem neuen Modus. Auf jeden Fall cool gemacht hier. Nice Idee. Wir haben es hier auf den siebten Platz geschafft. Ist jetzt nicht gerade der Wahnsinn. Aber dafür haben wir die Buchstaben. Und den Jonas. Und damit sage ich dann auch bis zum nächsten Video Leute. Euer Obito. Ciao, ciao. Ciao.